Herzlich Willkommen bei NOBA TV. Herzlich Willkommen bei NOBA TV 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 ist das Gerät dann wieder betriebsbereit. Ist ganz ein tolles Gerät, wird sehr, sehr oft verwendet und hat natürlich sehr viele Vorteile, wie wir gesehen haben. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann schick mir bitte ein Gefällt mir. Und wenn du ein anderes Thema hast, das dich brennend interessiert, dann schreib es mir bitte in den Kommentaren und dann werde ich dazu Stellung beziehen. Bis zum nächsten Mal.